Für alle Mutti, alle Mamas, auch zu Hause. Hallo, Simino Rossi hat ein neues Album herausgebracht und er stellt gleich zu Beginn eine wichtige Frage. Hola, hola, hast du heute Abend Zeit für mich? Hola, hola. Also ich bin heute Abend leider schon verplant. Und in all seinen Liedern gibt es einen ganz typischen Sound und zwar den hier. Klingt ein bisschen so wie bei den Flippers oder den Amigos, nur mit Kastagnetten drin. Simino Rossi kommt eigentlich aus Argentinien, er mischt aber deutsche Texte mit Spanisch und Italienisch. Er ist ein bisschen so wie eine Imbissbude, bei der es Döner, Pizza, aber auch Indisch gibt. Und häufig wird er ganz wuschig, wenn ihm eine Frau begegnet. Er kriegt Atemnot von ihren Schultern. Ich will nicht wissen, was der macht, wenn die ein Bikini trägt. Aber die wichtigste Frau im Leben von Simino Rossi ist seine Mutter. Ja, wunderschön. Und für Mütter hat er auch extra eine Geschenkbox herausgebracht. Da ist folgendes drin. Ein Brillenputztuch, ein Bleistift, ein Kalender und Simino Rossis Blumensamen. Also wer die nicht pflanzt, ist selber schuld. Im Tonstudio wird bereits am nächsten Hit von Simino Rossi gefeilt. Oh, hallo Simino, du alter Schlüpferstürmer. Na, alles fit? Si, dankeschön. Ja, freut mich. Du, bei dir kann man ja sagen, Argentinien, Spanien, Hauptsache Italien, oder? Man muss die Herzen berühren. Ja, für dein neues Lied berühren wir mal die Ohrmuscheln, am besten mit so Kastanetten, wie immer. Dann brauchen wir noch so Keyboard-Sounds aus den 80er Jahren. Musiker. Ja, ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Passt zu dir. Dann sing mal dein Lied. Hola, arriba. Ich liebe dich wie meine Frau, Mama. Herr Simino, vielleicht ohne Vergleich zu deiner Mutter? Kein Problem. Okay, dann leg noch mal los. Hola, que tal. Im Oberstippchen hab ich einen Knall. Und stehst du dann nackt vor mir, werd ich zum Spanisch ins Spiel. Ja, das lässt die Frauen Herzen höher schlagen, allerdings vor Schreck. Si. Guten Abend. Kaufen Sie meine Summon.